Wir sind gerade in San Francisco und das Schöne hier ist, dass man die Warte zum Tür nicht abschließen kann. Phil ist unter der Dusche und wir schütteln ihn jetzt. Einmal eiskaltes Wasser über den Kopf. Es ist ein Frank, Bro! Ja, war das nicht ein Master-Prank? Der Phil fand das überhaupt nicht witzig. Ich zeige dir das raus, mein Freund. Du weißt nicht, dass ich strike und so bläst. Unsere erste Folge, unsere erste richtige Folge von Blotrip USA, also die Folge aus L.A., ist jetzt endlich online. Wir arbeiten unter Hochdruck daran. Wir haben jetzt schon sechs oder sieben Folgen gedreht. Aber weil wir hier so einen langen Tag haben, kommen wir gerade mit dem Stein nicht hinterher. Aber wird jetzt alles nach und nach kommen und ihr könnt euch die Folge Blotrip USA jetzt hier anschauen. Und bei mir kommen natürlich auch ein paar geile Sachen aus den USA. Ich habe auch ein paar Sachen gedreht, aber wie gesagt, kam noch nicht zum Schneiden. Aber es kommt alles nach und nach. Haut raus! Los! 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 Los!